Sportfight. Wir leben Wrestling. Diese fiel jedoch aufgrund der Pandemie ins Wasser. Wie viel Kontrolle hat Triple H zukünftig bei NXT? Wie das Portal WrestleVotes berichtet, soll Triple H auch weiterhin einen großen Einfluss auf NXT haben. Demnach soll die Hauptverantwortung weiterhin bei einem Team rund um Triple H, Shawn Michaels und William Regal liegen. Jedoch soll das Produkt optisch zukünftig einen erkennbaren Vince McMahon-Stempel haben. Laut Dave Meltzer und Brian Alvarez gäbe es jedoch innerhalb von NXT starke Unklarheit über die neue Rolle McMahns beim ehemals goldenen Brand. So können sie Berichte, nach denen McMahon gemeinsam mit Bruce Prichard zukünftig als Executive Producers agieren werden, nicht bestätigen. Jedoch soll das Lager um McMahon zukünftig eine stärkere Kontrolle über das Big Picture von NXT haben. Dazu könnten Meltzer zufolge auch weitere Entlassungen gehören. Demnach sollen aktuell mehrere Namen diskutiert werden, zu denen besonders die Wrestler gehören sollen, die schon seit einer längeren Zeit bei NXT sind. Daphne Unger verstorben Wie die Promotion Shimmer Wrestling bekannt gab, ist die ehemalige WCW- und TNA-Wrestlerin Daphne Unger im Alter von 46 Jahren verstorben. Bereits kurz vor ihrem Tod sorgte Unger für große Sorgen bei einigen ihrer Fans, nachdem sie während eines Livestreams Andeutungen machte, Suizid begehen zu wollen. Kurz nach diesem Livestream war Unger bereits nicht mehr erreichbar, was auch WWE-Legende Mick Foley auf den Plan rief. So rief Foley über Social Media dazu auf, Unger zu kontaktieren, um sicherzugehen, dass es ihr gut gehe. Laut TMZ wurde auch die Polizei auf das Video aufmerksam und machte sich daraufhin auf den Weg zu Unger nach Hause. Jedoch war diese erst wenige Tage zuvor umgezogen, weshalb die Polizei an der falschen Adresse eintraf. Am darauffolgenden Morgen wurde Unger, die laut Angaben ihrer engen Freundin Lexi Five seit einigen Wochen mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte, tot in ihrem Zuhause aufgefunden. WWE reagiert auf Tod von Daphne Unger Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat die WWE als Reaktion auf den tragischen Todesfall von Daphne Unger eine Rundmail an alle Wrestler verschickt, in der die Promotion diesen ihre Hilfe anbot, sollten sie mit mentalen Problemen zu tun haben. Teil dieser E-Mail soll auch die Telefonnummer einer Hilfestelle gewesen sein. Daraufhin meldete sich NXT Wrestler Jake Atlas über Twitter zu Wort und gab bekannt, dass die WWE sechs Monate seiner Therapie bezahlt und damit sein Leben gerettet habe. Atlas verband diesen Hinweis mit dem Appell daran, sich Hilfe zu suchen, sollte man mit derartigen Problemen zu kämpfen haben. Solltet auch ihr oder eine bekannte Person mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, Die Deutsche Hilfs-Hotline ist unter folgender Nummer zu erreichen 0800 111 0111